hallo zu einer weiteren folge hierbei dann die 27 tv bei setten to die fleißig jetzt dann weiter bauen ja vorher schön holz gesammelt mit dem einen baum hier auch ein fenster rein machen wir jetzt nämlich hier gerade schnell noch alles zu so jetzt dann müssen wir gucken was haben wir an holz zur verfügung wir warte mal wir bauen wir bauen erst bogen und wir bauen erst da haben wir jetzt dann viele hat man meine zu hause box ja die verbauen wir kommen wir erst mal dahin dann haben wir jetzt auch das gebäude ein genommen sozusagen perfekt alle also ich bin dafür das wird richtig cool das muss man mal überlegen jetzt bauen wir das hier jetzt müssen wir erst wieder holzrahmen holen jawohl da haben wir sie so hier machen wir jetzt noch eins hin das war eine reihe hin so hier bauen wir jetzt die treppe hin jawohl so genau perfekt was heißt hier kann noch eins hin ist zwar alles ein bisschen eng von der sache her aber macht ja nichts so super wir haben auf jeden fall schon mal ein nächstes stockwerk leute sonst müssen wir aber ganz schnell noch mal holz machen damit wir das aufbauen können damit ich dann noch mal ziehen kann weil es ist gleich 22 uhr könnten jetzt gleich so wie es kommen müssen wir wieder aufpassen also wenn wir nachher eine ketten säge irgendwann mal haben das kann sie ja auch ein bisschen schneller ich hoffe dass wir dann irgendwo eine finden das wäre ein traum so können wir gleich ausbauen müssen wir dann schnell den schlafsack noch platzieren müssen holzrahmen auf gewertet ja ok und wir müssen uns dann noch was essen suchen wir müssen uns dann schaffen die paar endlich hier ist ja alles voller wasser ja schön so nix wie nach hause so türe zu ja machen wir jetzt sofort da haben wir ja schon gebaut da war wieder was zu essen und es ist wieder weg gelaufen größtes essen na wirst du es bald haben ja dann können wir hier oben nämlich jetzt auch gleich schlafsack und so platzieren was im falle eines falles wir sterben sollten wir nicht irgendwo auf der karte gespawnt werden ist ja ganz wichtig so gut dann setze ich schon mal wenigstens die nächste Reihe das ist jetzt geruckelt hier gut so herrlich level 3 cool das ist doch schön aber das nächste level erreicht jetzt ist die zombie zeit wir sind gespannt ob wir welche sehen oder ob wir keine sehen wir haben kein holz mehr ja gut macht nix macht nix das ist jetzt nicht so tragisch aber ich habe ja gesagt wir werden unseren schlafsack jetzt platzieren müssen wir werden noch mal was trinken tun wir werden noch mal was trinken tun hier errichten so leute jeden fall haben wir schon ein bett wir haben eine warme schwelle zum aufwärmen das ist schon mal viel wert so voila hatten wir noch welche ja hier haben wir noch sehr gut sehr gut dann werden wir hier mal doppelt auflassen in der nächsten folge werden wir dann Fenster setzen warte warte mal das müssen wir machen wir werden hier auch nochmal Fenster reinbauen dann haben wir hier zweimal Fenster hier auch noch ja das kommt gut das kommt cool so das sieht hier auch noch reinbauen ach komm her wir besitzen hier auch noch welche rein das kommt doch bestimmt richtig geil freundlich hell durchflutet das Haus wir hören schon die Wölfe die reißen sich schon drum das muss man zum tag essen so dann ist er wieder hier runter boah das wird doch geil so das hab ich gesagt abwärts ich glaube nicht wir gesagt haben dass wir runter wollten das sieht doch schon richtig richtig toll aus das gefällt mir also hier werde ich mich wohlfühlen hier geht es dann wieder hoch in den nächsten stock dann irgendwann das ist doch super wir werden uns jetzt unten noch mal schauen das ist gut wenn wir jetzt was trinken dann ist die folge für heute auch schon wiederum bedanke ich mich fürs zusehen sage danke wenn es euch gefallen hat wie immer da lassen und wir sehen uns in der folge